Cool. Mach mal aus. Wollen willst du erst noch in den Supermarkt? Ich glaub, die haben wir noch. Aber haben die Alkoholisches oder Chips? Ja, gehen wir. Ich nehm den O-Saft mit, ja? Für dich Spezi, wie immer. Nimmst du nur eins oder finde ich auch noch was? Ja, ich nehm noch eine Cola für mich. Äh, Chips? Ja. Hallo. Hi. 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 Wo kommt ihr hier? Vom Limoregal für den Kindergeburtstag einkaufen. Hier stehen die richtigen Sachen. Wodka. Ja, trink doch ein Wodka mit uns. Tobi, wir müssen doch nicht immer saufen, oder? Wir haben doch morgen gespielt. Naja, wir könnten uns vielleicht auch ein bisschen mischen. Ja, ja, Wodka auch ist doch gut. Schmeckt doch super. Cola? Wodka.